Wie Sie jedes Gesundheitsproblem heilen können. Die 10-Sekunden-Lösung gegen den Alltagsstress. Das zentrale Nervensystem lässt sich mit einem Auto vergleichen. Es geht ihm darum, unser Leben zu retten. Was hat all das zu bedeuten? Was hat all das zu tun? WOOOOO! Wenn die richtigen Schalter umgelegt werden, sind die Weichen gestellt, um fast alles zu heilen. Die Schalter umgelegt, um zu heilen. Erstaunlicherweise berichten uns viele Menschen, sie seien von nahezu jedem gesundheitlichen Problem geheilt worden. Wow. Kein Lärm mehr. Nur himmlische Ruhe. Kein Lärm mehr. 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 Vielen Dank.